Der allzu bekannte Rambo-Charakter kommt auf Vivi als NFT raus. Wann und wie viele, das werden wir auf jeden Fall in diesem Video klären. Außerdem schauen wir uns auf jeden Fall die Drop-Details für den kommenden Marvel-Comic-NFT-Drop an. Wir schauen uns außerdem auch noch die finnete Nemo-Concert-Art-Poster an, denn die droppen nämlich auch auf Vivi. Außerdem gibt es ein Update zu MCP und auch Kryptopälen. Das und sehr viel mehr jetzt in diesem Video. Willkommen und Brot, ich bin's dein Käpt'n, dein Vivi und dir mit den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen definitiv nicht verpassen solltest. Und heute auf jeden Fall mit einer Menge Themen mit dabei. Eine Menge Drop-Ankündigungen und Drop-Details. Deswegen würde ich sagen, starten wir auch direkt ran ins Video. Starten tun wir an dieser Stelle mit der Ankündigung des Tages und zwar nämlich dem Rambo-NFT-Drop. Und der wird nämlich am Samstag, dem 11. März um 17.00 Uhr deutscher Zeit stattfinden. Und insgesamt werden wir hier ein Collectible sehen. Und das Ganze wird auch noch animiert sein. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze nochmal an. Ich muss sagen, ich bin da auf jeden Fall sehr, sehr Hype drauf. Ich finde das Ganze Collectible sehr, sehr cool gemacht. Es sieht auch sehr qualitativ aus. Und ihr seht das jetzt hier schon im Hintergrund einmal mit dem Video. Das Ganze ist wie gesagt animiert. In dem Fall schießt er hier einen Pfeil. Und ja, ich finde das auf jeden Fall eine coole Sache. Es ist an dieser Stelle das erste NFT von Rambo, was es überhaupt gibt. Animiert mit Sound sogar. Und dementsprechend auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes NFT. Ich gehe davon aus, dass es auf jeden Fall hier eventuell unter Droppreis gehen könnte. Je nachdem, wie die Editionzahl ist bzw. der Listenpreis ist. Denn beim letzten Robocop-Drop war es tatsächlich so, dass wir eine Editionzahl hatten von dem Erscheinungsjahr. Und hier haben wir das Erscheinungsjahr 1985. Das heißt, eventuell könnten wir auch nur 9.985 Editions sehen. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie sich das Ganze entwickeln werde. Und werde dich natürlich auf dem Laufenden halten, sobald es dazu mehr Details gibt. Deswegen abonniere auf jeden Fall sehr gerne den Kanal. Wenn du es noch nicht gemacht hast, dann verpasst du definitiv nicht das nächste Video mit den Dropdetails. Und im Anschluss würde ich sagen, schauen wir uns auf jeden Fall den nächsten Comic-Drop an. Und zwar nämlich Ankenne X-Men 101 mit einer First Appearance. Und zwar nämlich Felix. Und das Ganze wird morgen bzw. heute am Donnerstag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit droppen. Das sind einmal die Cover, die wir dort sehen werden. Denn das Ganze wird natürlich wie immer mit exklusiven Rare- und Ultra-Covern ausgestattet sein. Und es ist irgendwie so ein bisschen verwirrend. Hier haben wir jetzt wieder einen Listenpreis von 10 Gems und eine Editionzahl von 10.000. Ja, es ist irgendwie so ein bisschen verwirrend, wie Vivi das hier macht mit dem Listenpreis und der Editionzahl. Das variiert irgendwie so völlig random. Ich kann es euch leider auch nicht sagen, wieso deshalb das so ist. Aber so sind auf jeden Fall die Daten für den kommenden Drop. Wenn du noch ein paar Informationen mehr möchtest, warum das ganze Comic interessant ist, schau dir auf jeden Fall mein vorletztes Video an. Werde ich dir hier unter dem i einmal verlinken. Ansonsten droppt auch von Findet Nemo eine Poster-Serie bzw. eine Concept-Art-Poster-Serie. Und das nämlich am Freitag um 17.00 Uhr in deutscher Zeit. Und ich würde sagen, wir schauen uns auf jeden Fall diese Poster einmal an. Das Ganze wird natürlich wie immer im Blindbox-Format stattfinden. Das wird einmal das erste Poster sein, was wir sehen werden. Wird als Common erscheinen und einen Listenpreis pro Blindbox von 30 Gems betragen. Außerdem Editionzahl von 1455 Stück haben. Und natürlich als Typ eine First Edition sein bzw. erster Auftritt. Dann haben wir auf jeden Fall noch ein zweites Bild. Das wird die ankommen sein. Das wird eine Editionzahl von 955 Stück haben. Also hier wirklich eine sehr geringe Auflage für die Poster. Wenn man aber natürlich bedenkt, zum momentanen Zeitpunkt haben wir einfach sehr wenig Fans, die sowas wahrscheinlich auch kaufen, ist das wiederum auch gerechtfertigt. Anschließend schauen wir uns auf jeden Fall mal die Ultra-Rare an, die meiner Meinung nach mit am besten aussieht. Mit einer Editionzahl von gerade mal 555 Stück. Und im Anschluss haben wir dann auch hier noch eine weitere Ultra-Rare, die meiner Meinung nach ein bisschen überflüssig ist, aber 555 Edition hat. Und als letztes haben wir dann hier auf jeden Fall die Seagood-Rare. Und diese wird insgesamt 355 Edition haben. Also einfach eine relativ geringe Auflage für all diese Collectibles. Und du kannst mir auf jeden Fall mal sehr gerne unten in den Kommentaren schreiben, nimmst du diesen gesamten Job mit oder auch nicht. Ich persönlich nehme ihn auf jeden Fall nicht mit. Anschließend haben wir auf jeden Fall noch ein Update. Und zwar nämlich zu dem Ausloggen einfach aus der App, was dem einen oder anderen immer noch passiert. Dieser Bug sollte ja eigentlich schon aus dem System raus sein. Ist anscheinend immer noch bei dem einen oder anderen. Dementsprechend wird das auf jeden Fall im nächsten Update jetzt behoben. Und außerdem gibt es auf jeden Fall weitere Verbesserungen in der Funktionalität bei Crypto Pay-In. Und dort werden auf jeden Fall weitere Beta-Tester jetzt hinzugefügt. Das heißt, ihr könnt auf jeden Fall im E-Mail-Postfach das ein oder andere Mal schon mal Ausschau halten nach einer Invite-E-Mail. Denn dort geht es auf jeden Fall jetzt auch, was das Thema Crypto Pay-In angeht, weiter voran. Was das Thema MCP angeht, dort wird es auch weiter vorangehen. Dort sind jetzt auf jeden Fall die ganzen Upgrades abgeschlossen. Und es werden weitere Tester hinzugefügt. Und das ist tatsächlich auch schon passiert. Es gab schon einige Posts auf Twitter, wo Leute neu eingeladen wurden. Deswegen schau auf jeden Fall hier auch öfter mal jetzt in dein E-Mail-Postfach. Eventuell bist du unter den Beta-Testern. Als nächstes habe ich auf jeden Fall auch passend zum MCP noch ein Video gemacht. Und zwar nämlich sieben Vivi-MCP-Strategien. Im Vergleich schau dir das ganze Video auf jeden Fall sehr gerne an. Und finde auf jeden Fall heraus, womit du am meisten MCP-Punkte sammeln kannst. Und welche Strategie vielleicht auch die beste für dich da draußen ist. Schau es auf jeden Fall sehr gerne an. Findest du hier unter dem i einmal. Als nächstes schauen wir uns auf jeden Fall nochmal die Marktdaten an. Die uns die gute Vivi-Fox hier wieder mal zur Verfügung gestellt hat. Die aktuelle Woche sieht auf jeden Fall gar nicht schlecht aus. 7,6% mehr aktive Wallets als zur Vorwoche. Insgesamt hatten wir 19% weniger Trades. Wir hatten 8,4% weniger Käufer. Und 22,9% mehr Verkäufer. Was eine Anzeichnung zur Erkenntnis dafür ist, warum hier auf jeden Fall die anderen und anderen Preise nochmal gedroppt sind. Denn wenn es einfach mehr Verkäufer gibt als Käufer, ja dann sinken halt einfach die Preise. Und das war es an dieser Stelle auch schon wieder mit diesem gesamten kurzen Video zu den wichtigsten Vivi-News, die du da draußen wissen solltest. Wenn dir das ganze Video gefallen hat, gib dem ganzen Video sehr gerne ein Like. Und ansonsten bedanke ich mich auf jeden Fall riesig bei dir da draußen bis zu sehen. Und ich wünsche dir doch einen wunderschönen Morgenmittag und bis dann dein Käpt'n. Ciao, ciao.